Hallo, wir sind die Gloria und der Felix von der Gastgeberbefachschule am Judenplatz in Wien und wir zeigen euch heute, wie man den Hot Creole Punsch mit jamaikanischem Rum zubereitet. Die Zutaten sind Mangosaft, Orangensaft, Pink Grapefruit Saft, Mango Sirup und jamaikanischer Rum. Zunächst einfach die Fruchtsäfte in den Kochtopf leeren und gemeinsam mit dem Mango Sirup aufkochen. Nach Geschmack und Gefühl den Rum dazu mischen und den Punsch noch kurz weiterköcheln lassen. Viel Spaß beim Genießen und frohe Weihnachten wünschen Ihnen die Gastgeberbefachschule vom Judenplatz für adventguide.at Wer trennt?